Was würden wir eigentlich alle gern tun, wenn wir uns was wünschen könnten? Einfach unser ganzes Leben lang so viel und so lecker essen, wie wir wollen, ohne schlapp, müde oder fett zu werden. Ja, das ist leider ein Wunschkonzert. Aber ich nehme euch heute mal mit auf die komplexe Reise der Ernährung und versuche euch meine Erkenntnisse zu zeigen. Gleich vorweg, bevor die Diätologenarmee hier einmarschiert, ich bin kein studierter Ernährungsberater. Ich habe viele Bücher darüber gelesen, viel ausprobiert, viel gelernt und viel falsch gemacht. Bis ich dahin gekommen bin, wo ich heute wissenstechnisch, aber auch sportlich letztlich angekommen bin. Das bedeutet, dass die folgenden Infos über die Zeit herangewachsen sind und für mich perfekt funktionieren. Was nicht unbedingt heißen muss, dass sie auch für dich funktionieren müssen. Nachdem meine Ernährung sehr grundlegend funktioniert und nichts Spezielles ist, ist die Wahrscheinlichkeit wohl hoch, dass sie sehr gut übertragbar ist. Ich bin ein Kalorienzähler. Das mache ich deshalb, weil ich aus der Vergangenheit viele schlechte Essgewohnheiten habe. Mit dem Kalorienzählen behalte ich das unter Kontrolle und zwinge mich dazu, schlechte Nahrungsmittel zu minimieren, um nicht hungrig ins Bett zu müssen. Für das Training gibt es, und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Regel, nichts Schlimmeres als schlechte Ernährung. Also lautet ein Grundsatz meiner Ernährung während den Trainingsphasen, ich muss meinen Treibstoff an die Leistung anpassen, die mein Motor liefern soll. Ich kann vom leeren Motor keine Höchstleistung erwarten und auch der stärkste Motor fährt nicht ohne Treibstoff, könnte man sagen. Also muss eine ausgewogene Ernährung her, bei der ich keinerlei Brigitte, Bunte oder Bild-Zeitungs-Diät verfolge. Bin ich über meinem Zielgewicht, bei dem ich optimalerweise im Gegensatz zu jetzt kein merkbares Fett angesetzt habe, dann habe ich immer so 500 Kalorien Defizit, um wieder runterzukommen. Doch egal ob Defizit oder nicht, ich bin jedenfalls kein Low-Carb-Paleo-Rohkost-Vegan-Keto-Verfechter, sondern ich esse alles und zwar so, dass ich alle meine Makronährstoffe erhalte. Schließlich betreiben wir Sport und Training. Und da sind Kohlenhydrate einfach ein toller Antrieb. Das bedeutet in der Praxis, dass ich tierische Produkte zu mir nehme, vorausgesetzt es handelt sich um Bio-Qualität und höchste Standards, gerne auch mal vom Hof nebenan, außerdem sehr viel Gemüse und Reis bzw. Nudeln. Diese drei Bereiche miteinander kombiniert ergeben die Ausgewogenheit. Doch trotzdem gibt es bei mir noch einen großen Unterschied in zwei Bereichen. Einmal unterscheidet sich meine Ernährung in Trainingstage und Erholungstage und auf der anderen Seite auch in Schwerpunkttraining auf der einen Seite und normalem Alltag auf der anderen. Trainiere ich für schwere Kletterprojekte oder einen Wettbewerb, verbringe also viel Zeit mit Krafttraining beim Klettern, mit Athletiktraining oder sonstigem, dann kommt bei mir überdurchschnittlich viel Eiweiß auf den Tisch. Das hilft mir beim Muskelaufbau und Erhalt. Für extreme Ausdauerprojekte trainiere ich auch dementsprechend und brauche daher weniger Eiweiß, dafür ordentlich Kohlenhydrate, um die Energie der extrem anstrengenden und langen Trainingseinheiten auch wieder zurückzugewinnen und schnell zu regenerieren natürlich. Das Anpassen der Ernährung ist definitiv nicht für jede und jeden geeignet. Viele Leute mögen es einfach, wenn sie immer einen ähnlichen Ernährungsstil haben und nicht ständig überlegen müssen, wo sie aktuell den Schwerpunkt hinlegen sollen und so weiter. Doch nun zum Thema Trainingstag oder Ruhetag. Auch ich habe natürlich meine Ruhetage, an denen ich es ruhig angehe, wenig bis gar kein Training vor mir habe und vielleicht ein wenig Mobilisierung oder Yoga mache. An diesen Tagen muss ich weniger auf die Uhrzeit und die Art des Essens schauen. Denn wenn ein Trainingstag ansteht, dann kann das richtige Essen bei mir zumindest schon einen sehr großen Unterschied machen, zum Beispiel im Bereich des Lauftrainings. Vor einer kurzen Laufeinheit am Morgen gibt es für mich nichts zu essen und nur was zu trinken. Das liegt vor allem daran, dass ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass Essen am Morgen einfach zu schwer im Magen liegt. Und deshalb lasse ich die Mahlzeiten bei Early-Morning-Runs gerne aus. Bei langen Läufen sieht das aber trotzdem wieder ein wenig anders aus. Denn hier will ich ja möglichst versuchen, möglichst lang durchzuhalten und irgendwann sind logischerweise alle Energiereserven verbraucht, sodass ich am Ende eben etwas zu essen brauche. Deshalb gibt es hier meist einen Energieriegel oder ein Power-Gel, um bei langen Einheiten eben auch dranbleiben zu können. Bei durchschnittlichen Bergtouren, egal ob als gemütliche Bergtour oder sportliche Trainingstour, gibt es aber trotzdem immer was zu essen vorher, weil ich weiß, dass ich lange unterwegs sein werde. Da lohnt sich ein Frühstück allein schon deshalb, weil man dann weniger zu essen mitnehmen muss. Was ganz praktisch ist. Also Trainingstage sind bei der Ernährung immer schwierig, wobei eine Sache für mich immer ganz wichtig ist. Die Kalorien müssen wieder aufgefüllt werden. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit hochwertigen Lebensmitteln. Leere Kalorien sind gerade in wichtigen Vorbereitungsphasen ein absolutes No-Go. Trotzdem ist Ernährung ein mühseliges Thema. Und das wahrscheinlich nicht nur für mich. Irgendwo ist ein Gipfelbier, ein Sonntagskuchen oder ein Burger beim Hard Rock Café schon mal eine echt verlockende Angelegenheit. Und genau deshalb sollte man sich das dann auch irgendwo mal gönnen. Wer sich nicht im Wettbewerb mit der weltweiten Elite messen muss, der kann getrost darauf verzichten, sich jeden Apfel vom Mund abzusparen und wirklich nur die wertvollsten Nährstoffe einzuwerfen. Das Leben und auch das Bergsteigen bestehen irgendwo zum Teil auch immer aus ein wenig Genuss. Also ist ein Stück Kuchen am Sonntag, ein Eis am heißen Sommertag oder ein Cocktail am Strand absolut in Ordnung und nix, wofür man sich letztlich schlecht fühlen müsste. Aber grundsätzlich sollte die Ernährung während dem Training natürlich schon dementsprechend sein, um fit zu sein. Es zählt also eben, dass man seine Ernährung an das anpasst, was man letztlich erreichen will. Wenn das auf der einen Seite bedeutet, dass man immer gemütlich unterwegs sein will und einfach essen will, was man will, dann darf man eben auch nicht damit rechnen, dass man beim Training für die Berge letztlich die beste Leistung abrufen wird. Schlimm ist das nicht, aber man muss sich eben entscheiden. Meine Ernährung ist also manchmal strikt und manchmal nicht so strikt. Und das ist vielleicht nicht die allerbeste Strategie für alle Leute, weil viele Leute brauchen eine gewisse Kontinuität in ihrer Ernährung und das verstehe ich auch ganz gut. Deshalb muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wie er da durchkommt. Aber grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, Lebensmittel, die einen satt halten, sättigen, wertvolle Makro- und Mikronährstoffe mitbringen, die sind definitiv keine schlechte Wahl. Und alles, was dann noch draufkommt, das sollte man zusätzlich nehmen und nicht, also das Eis quasi oder das Bier, das sollte dann zusätzlich draufgerechnet werden und nicht als Ersatz für das gesunde Essen. Denn damit leidet dann letztlich irgendwann definitiv die Leistung drunter. Ernährung ist kein super spannendes Thema, aber ein paar von euch haben sich es gewünscht, dass ich mal so ein bisschen einen Einblick darin gebe, was ich von Ernährung beim Training halte. Ich hoffe, das ist jetzt passiert. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann ihr wisst Bescheid. In der Einblendung seht ihr alles oder unten in der Videobeschreibung. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Training für die Berge oder schon am Morgen wieder mit einem spannenden Video oder irgendwo anders in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Berghall!